hallo und herzlich willkommen hier ist so weiter von dem marsch ich werde jetzt die intakte runterfahren von der wiese ist ja nur alles gemäht worden schön aus watt da würde ich mal gleich anfangen mit der pfeile aufhängen jetzt eng ja der nächsten hat woher schicken damit also gleich mal beide fahrzeuge beginnen können genau da ist der bruder der möchte ja so fährt immer 36 das ist mir grund egal wo lang fährt der hauptzeit kommt an so wir haben gleich mal den ersten faktor programmieren also in kurs lahm es war das ist ja feldnummer 36 dann ist er fahrzeuge so das wird der rechte sein werden mal geben auf null machen dann ersten wegpunkt warten dass der andere da ist er müsste gleich kommen wie immer gleich mal los schicken einstellen tschüss müsst ihr die anderen fahrzeuge zu feldnummer 23 ne 24 und ach 3 hatten wir auch noch mal können na dann wir fahren zu 312 ne ist ja auch gemäht worden ja silage wird hier fleißig verarbeitet zur energie und kohle ne heute macht die kohle ich hatte gestern mal probiert äh fehlte wohl ein mod oder war also viel in einer modliste da war mein gras weiß das war dass das gemäht war so zum glück hat sich das überledig äh löchen kursgenerierung 23 vorgewänderung ruhig 2 da wird eh runter rechnen ein fahrzeug neun meter beginnt noch vorgewänderung vorgewänderung generieren wir ganz kurz wahrscheinlich 2 kohle einstellen das ist eine überraschung die haare schneiden ja zum frisier kann ich auch nicht gehen da haben die mir das ein bisschen wo ist mein kollege wo ist der andere fahrer war so nicht geplant so den schicken wir mal richtung äh alt 0 outreif Feldnummer 24 zum beispiel bei der option machen wir zu machen wir da auf Feldnummer 24 da schicken wir mal hin ja das ist ungünstig kollege da wer hat er dann den Ball hingelegt so der trekking fucht sich auch wieder nicht das macht mir auch wahnsinnig dann starten wir hier dann starten wir hier naja hier wegen wegen 100 das kann man hier kennen ich glaub man 1000 glaube ich waren es gewesen also ja gut das lohnt sich noch nicht zu verkaufen oder irgendwo zu dünnen aber das wird ja mehr ach ist da der rechte ich fange mal mit dem allgemeinen verband links an und dann nächsten rechts so braucht nie überlegen ob das so oder so ist ne so hier ganz kurz hm äh den auto kurz löschen den neuen LAN dann passt du auf rechts und und da fahrt man gleich mit wahrscheinlich muss ich bisschen nachstellen bei war der erste arbeit schon ich muss natürlich nachstellen dass wir da keine verluste haben ja nicht als dienstag heute nimmt die folgen auf für die marsch wenn ich gut drauf bin das hatte ich alle sieben und wenn ich anders morgen halt machbar bin ich das locker denn ich probiere jetzt mal in der woche aufzunehmen damit ich am wochenende auf so andere sachen Zeit habe hab dann auch ein ding zu laufen ein spiel auf den server mit meinen nerven zusammen ja die woche bis spät geht deswegen sind wir noch 11 spät abends oder nachts kann man sagen auf hier spiel angesagt oben ist jetzt schon heu macht keinen scheiß also wenn wir jetzt hier heu haben naja gut dann lagen wir es halt immer als heu ein ne die darmstreifen wie heute sehen ist beziehungsweise es so aussieht das halten müssen wir beide justieren kann aber folgen ja da sieht gut aus der kollege denkt hier zurück wir werden hier gleich mal gucken beginnen werden wir mal schauen was das für 24 macht ja das stimmt nicht ganz dann lassen hab ich doch mit links begonnen mit rechts na gut egal das ist nicht so tragisch aber ich hab doch eigentlich ich denke dass ich doch so gemacht habe mit links und dann rechts na gut okay gut dass wir Kontrolle gemacht haben sonst wäre das äh doppelt gewesen ne und die werden sich beim ballen äh festgefahren irgendwo ne so da sieht gut aus hat er gut gemäht also gut aufhörig mal schwatt und die ballen können jetzt ein huckligen gelände nicht wegrollen weil wir nämlich hier äh auf der flachen seite abgestellt werden ne da gibt es so einen kleinen äh 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 nebel äh äh so probiert wieder was na gut egal muss halt mal reaktivieren oder und die zeit rechnen hier auch so im Schläf ne so sei grüßt bis wir gehen raus nächste woche kommen wir in die folgen und da habe ich und er auch zu schicken normalerweise so das war das der Knotik auf Feldnummer 19 äh den Rest einsammeln da springen wir rüber und dann werden wir leicht dünnen die Musik ist ein bisschen leise das war ein bisschen laut das soll ja leicht im Hintergrund sein ne so denk mal so so die Ballen wollte ich noch eins aber da hinter mir da halt mit kommen ja ein bisschen Gras liegt ja noch aber mit dem kann ich leben gut aufgeladen oder mache ich hier wirklich ins Watt ich glaube eher nicht ne ich will gleich mal äh düngen weil düngen muss ja gemacht werden und boah dann Ballen ne Elektrokasten Stromkasten ich dachte schon ein grünes bisschen von den Gunsten ne Tarnung hehehe schöne Wiese gerade mal schwarze Ballen gehabt das war echt ungunstig im Dunkeln das war nix so haben wir alles gesammelt können wir gleich Richtung äh 38 fahren so zumindest in Vollbahn aber erst mal werde ich hier abstellen und hier das muss auch mal gemacht werden aber aktuell spiele ich auf eins damit wir das alles schön schaffen ne dann läuft die Produktion nicht so schnell irgendwann muss ich wieder äh mal Holz machen so wir brauchen Dünger da reicht der kleine gute Frage geht der auf ja aber der einen Traktor geht es nicht auf weiß nicht warum aber er regt sich auch so Dünger holen wir gleich was Produktion da haben wir es drinnen äh das ist abgestellig auch her ich werde jedenfalls hier noch ein bisschen was herdringen müssen bei Gelegenheit äh 64.000 haben den Dünger der Rest ist ja 50.000 54.000 die breit noch ne Weile hin äh das ist ein kleiner Dünger Feuer der reicht für die vierte Mero 19 können wir gleich mal einen Blick riskieren ob hier noch was da ist sagt tut auch so sagt tut es da äh äh Dünger sieht auch noch was da aus gut 101 Saatgut das passt da kommen wir aus können wir das in Kürchenwasser kaufen nächstes Jahr müssen wir wieder Dings anbauen äh Tabak weil unser Flammenschutzmittel brauchen wir wieder Tabak aber immer eins auf dem anderen ich glaube wir müssen noch gucken ob da noch Fahrzeuge unterwegs sind glaub Wasser und so Kruppert hatten wir ja ok viel Arbeit äh äh wo wir alles wieder anbauen können ja noch eine Woche ist immer ja nicht schwierig aber man behält doch nicht alles ne wenn zu viele Sachen nebenbei laufen verschiedene Spiele ist es schwierig so Kursgenerierung kennt Speichert aber nicht äh Vorgereinung an B2 dann muss ich nämlich mal der nächsten Aufnahepause kurz äh deaktivieren so jetzt will ich was testen irgendwas gemoddet testen das mache ich ja nicht modden tue ich ja da nicht Abfahrer entstand jetzt persönlich jetzt habe ich keine Ausdauer für und dann ist doch alles englisch das äh kann ich nun gar nicht äh das eine oder andere was ich brauche für mich geht das kriege ich hin äh motten direkt äh Fahrzeuge äh entweder ich hab's ich hab's nicht ne oder wenn ich hab hab's nicht geht auch so im überlegen äh äh was für ein Feld wollte ich noch kuppern hab ich gedüngt gute Frage ne ich weiß es jetzt nicht Rapsfelder wollte ich nicht kuppern normalerweise aber ich kann's ja machen ne weil da wollte ich jetzt keinen Raps aufsehen nach der Logoge ne eher was anderes mal sehen da kommt ja hinfahren vielleicht nur 44 oder 53 nicht geredet jetzt hier was voll diesel ach so es war voll ja auf den Server geht leider kurzbremd nicht das äh ja naja gut ist ärgerlich kann man sagen ne oder die Felder 18 17 mal gucken da kann man auch was machen dadurch ja gekalkt gehabt und gedüngt ah ach wir fahren noch hoch um we fahren noch Richtung Feldnummer hoch wir fahren noch hier vorne bitte bekomm ich mal hier vorne bitte das dauert ja nicht lange Das Schweine muss ich ihm auch wieder kümmern. Den speichern aber nicht, das ist nur mit dem Test wegen Düngen. Ob ich das beim nächsten Mal voll gedüngt kriege. Das sind nämlich 2. Das ist besser für Wänden. Die habe ich vollgetankt. Jetzt war die Meldung leer. Da konnte ich aber noch eine Kontrolle machen. Da konnte ich aber noch Takten fahren. Anscheinend macht Kurzplay dann ein Ball Heuwei. Das macht nix. Das klappt gut. So liebe Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Einer hat noch einen Dank fürs reinschauen. 2, 3 Heuwei. Und ja, dickes Dankeschön. Grüße heute wieder neuen Abonnenten am Dienstag. Beziehungsweise am Dienstag heute. Ist mir aufgefallen. Grüße Sie mal. Abendlich, Abend, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist wohl nicht tragisch. Ist anonym. Ist okay. Ich sage mal Tschüss. Ciao. Ja. Sehen wir uns dann wieder am... Ja, boah. Tschüss. Und auch vielen Dank für die Zeit.